In diesem Video teste ich einen Sportness-Riegel, der mich allein vom Namen schon sehr anspricht. Es handelt sich hier um den Iced Coffee Caramel Crisp-Rotein-Riegel. Der Riegel duftet wie ein Milchkaffee. Er ist bedeckt mit sehr vielen Krispies und mit einer zuckerfreien weißen Schokolade überzogen. Unter der Crispy-Schicht befindet sich eine reichhaltige Creme, die von der Konsistenz her sehr weich ist. Die dunkle Brotein-Masse hat leider eine sehr feste Konsistenz. Als Kaffee-Liebhaberin kann ich nur sagen, I love the taste. Es schmeckt wie ein cremig-sahniger Milchkaffee. Es ist nicht zu süß, nur die dunkle Brotein-Masse finde ich persönlich als nicht wirklich passend, weil die sehr fest ist. Die Creme ist für mich ein richtiges Highlight. Der Kaffee-Flavor kommt super natürlich durch. Und auch bei längerem Genuss bleibt der Geschmack der gleiche. Sprich, es wird nicht künstlich oder zu süß. Wer den bis jetzt noch nicht probiert hat und Kaffee bzw. diesen sahnigen Milchkaffee liebt, sollte das definitiv nachholen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020